Es war einmal ein Mädchen, das hieß Rotkäppchen, benannt nach dem wunderschönen roten Umhang, den ihr Großmutter für sie genäht hatte. Oh mein Gott! Oh mein Gott, da hieß jetzt ein Hügel so. Hättest du den Apfel da gerade filmen? Nein, filmen. Willst du filmen? Ja. Den nächsten hier? Den nächsten hier, oder was? Ja. Man sieht die ganze Mühle, die da zum Schmarrn machen sollen, oder? Ja, das sieht man. Das auch schon, oder? Ja. Vend 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 Ja Musik Wart heute Video Ich habe hier Selbst ich habe hier Musik 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 Ich bin einer aus der Sucht. Der läuft! Die machen wir jetzt früh mit Lümmel. Und dann gehen wir jetzt einfach führig. Der ist drüber drüberbritzen. Okay, es wird ein Radler. Sieht man gar nicht, wie du filmst. Nein, dann müssen Sie gucken, habe ich auch zu. Du, machst du jetzt schon mal das Radler, wie ich mir? Einfach einmal drüber drüber. Du, machst das? Das ist super. Das war jetzt schon weit. Es ist sehr gut, wenn du es lustig bist. Das ist sehr gut. Das ist schön. Es ist schön. Wincht uns mal ein bisschen. Nein. Hufi! Lachen! Hufi! Lachen! Servus! Da kann man gar nicht durchgehen. Lachen! Lachen! Kamera! Da! Schaut keiner her! Lachen! Lachen Claudia! Lachen Sie es auch mal da hinten? Lachen Sie es noch? Lachen Sie es noch? Nein, das ist das. Lachen Sie es noch? Kamera scheinbar. Ich glaube, der schneit wieder in den Filmen zusammen. Hiiii! Eine Kamera! Kamera! Für was? Für Video! So, jetzt muss man noch etwas auszudringen. Wuhu! Wuhu! Du, das geht doch. Nein, das geht nicht. Ich glaube, das geht nicht. Übergeben. Wo ist der Kunde? Ja, 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 ja.